If I die Baby means Lay me down Hallo und moin mein zu einer neuen Folge Minigames Diesmal dabei Lou Pedersen und Crank Löhchen Wir spielen jetzt eine Runde Dragon Escape Auf den Mineplex Servern Gleichwerbung Man muss sagen meine erste Runde Ohja sie lügt nicht Das ist meine zweite Runde Das ist meine zweite Runde Bei Nestor kann man sagen das ist die erste Runde Weil er eben als erster gestorben ist Ich bin auch fast gestorben Ah nein Alter das ist ja richtig krass ey Ach Mit Wiedersen ich bin immer hier Liebendig Letzte bist du tot? Ne Peinlich Nein Nein ich bin im Spinnnetz Nein ich fall runter Ja ich auch Komm Lou Pedersen du schaffst das Ah ich bin zwölfter Ich bin weitergegangen Ich bin elfter Lou Pedersen Du kannst das alles retten Hey hier verkauf ich gleich Hier verkauf ich immer Ach pscht Ihr müsst jetzt irgendwie so ein Entertainment reinbringen Nein Da 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 Nein Loll Voll das Blut da unten Wenn man da wegfällt Äh Nein Nein Oh Nestor zwölfter Besser als 16 da war Ja Ich bin sogar die In den Drachen so geil Ja vor allem der Der Drachen heißt Luklas Luklas macht das Ach das Leben schöner Ich probier jetzt mal die hier Oh nein Hallo Googlers Weil jetzt noch mal vierter Die drei gehen aber hart ab ey Wir haben es noch nie bis zum Ende geschafft Also habe ich jedenfalls noch nie gesehen Oh und jetzt eiskalt alle drei runterfallen Oh einer fällt runter Er hat es geschafft Nein Wer am Ziel Wenn er diesmal nicht verkackt Hat er gewonnen Ja Sehr schön Da ist er etwas verloren Da ist er etwas verloren Zocken und dann könnten wir auch Turf Wars spielen Das ist auch ein ganz gutes Spiel So Das ist aber gefällt mir irgendwie jetzt schon so Ja der ist mega geil Der ist echt richtig cool Richtig viele Minigames Einfach Und die Tafeln in der Luft verändern sich hier Ja Ja Ich finde das Die haben da bestimmt so viel reingesteckt damit Na klar Mal guck mal die verändern sich hier alle die Sachen hier Fünf 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 Acht Sieben Sechs Drei Eins Go Ne Oh ne Oh ne nicht schon wieder die Ne es geht es gibt nur die zwei Ähm Wenn ich rechts nicht mag werde ich nach vorne geh Hauen ne Aber ist das immer so oder Wenn du die Axte dann hast Ne Wenn du einmal verwendet hast dann kannst du erst irgendwie Nach neun Sekunden oder so Geil Geil Du bist gut Ich bin aber 14er Ich muss 14 sein Nein Hahaha Oh nein Ich bin shit Zünke Läuft bei dir Läuft bei dir Nein 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 Warte kurz Für 3,50 Nein Warte mal Geil es nochmal Für 3,50 Für 3,50 Für 3,50 3 Euro 3 Euro Okay Eine Runde noch Ich hab richtig Bock auf Tour Force grad Klar Ich weiß nicht Kennt das jemand von euch? Ja Frag mal hier YouTube Schau mal den Zuschauer ob die das kennen Ja Schreibt unten in die Kommentare Schreibt uns in die Kommentare Schreibt uns in die Kommentare Schreibt uns in die Kommentare rein Und nächstes Mal gucken wir dann was das ist Nachdem wir es gespielt haben Genau Es läuft bei dir So wir nehmen heute jetzt den ganzen Abend auf Wir machen jetzt so ein äh Einen kleine Livestream machen können Genau wir machen jetzt ein Youtube Livestream Äh 48 Stunden Oh ne Die web schon wieder Ich weiß, es war doch Spaß. Googlers. Alter. Scheiße, 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 scheiße. Schwierigkeiten sind ja nicht die Jumps, sondern die Leute, die alle im Weg stehen. Ja, das regt so auf, ey. Ich bekomme den Fall. Los, Philipp. Douglas ist nah hinter dir. Ich bin schon weitergekommen. Oh, das ist so knapp, ey. Nein. In jedem Fall kann ich gleich eh wieder. Nein. Oh, Nesto lebt noch, Alter. Jetzt bin ich tot. Er ist tot. Zehnter. Top Ten. Boah, noch. Wo ist Lupedersen? Das kann noch sinken. Wo muss ich hin? Los, Lupedersen, du schaffst das. Da ist Lupedersen. Er fliegt runter. Mann, ey, wie ich gedacht habe, das geht mit dem Doppelding. Aber fünf. Doppelding? Doppelding? Frank ist schon tot. Mhm. Ach so, ein Erster. Weil die dauernd im Weg standen. Und das mag ich nicht. Jetzt müsst ihr rechts auf die Uhr klicken. Und dann wieder auf Server 2 kommen. Mhm, Server 2. Frank, 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 Frank. Wieso geht es eigentlich unten der EP-Balken? Auf Server 2. Server Wars. Da ist also dein Fall. Hä, was machst du denn, Frank? Du bist betrunken? Ja, klar. Ich bin auch noch drinnen. Ich bin richtig betrunken. Hm. Wo hast du die Speed gesehen? Speed? Keine Ahnung. Ich habe schon mal umgespielt gesehen. Äh, warte kurz, äh. Dann spielen wir jetzt noch eine Paintball. Oh, ne. Inpol! Was tut denn? Bei den Turfors sind alle Server grad voll. Ja, du mal. Das war Spreef, oder? Ne, nicht Spreef. Keine Ahnung. Da läufst du so und dann fallen dir hinter die Blöcke weg. Aber ich weiß nicht, wie das da ist. TNT? Ja. Ne, ne, ne. Das waren keine Blöcke. Das waren kein TNT. Das waren richtige, äh... Lehnblöcke. Also bist du betrunken. Ach doch. Ich glaube nicht so wie du. Hä? Ich weiß nicht, was du meinst. Franz ist unten noch. Ich weiß nicht. Kann mir noch Teens aussehen? Ne, schon voll. Äh, fein. Ich bin Team Rot. Ich bin Team Blau. Ahaha. Ey, ich bin mit Crank in dein Team. Hallo! Es tut mir leid, denn hast ja jetzt schon keine Chance. Ich bin ein Fan von dir. Ich will mit dir aufnehmen. Pass doch, ah ne. Cool, das hatte ich noch nie gezockt. Wasserbombe. Wasserbombe heilt dich, wenn du getroffen bist. Oder heilt deine Mitspieler, wenn die getroffen sind. Kannst du die mit der Wasserflasche heilen. Deil! Nein, ah, ah, nein. Ich hab einen getroffen. Ich bin tot. Oh, ich will. Ja, irgendein Mitspieler muss sich mit der Wasserflasche abwerfen. Dann lebst du wieder. Äh. Crank. Nein. Nein. Nein, schnell. Hilf Crank. Geh Crank. Oh, der wie Blau uns einnimmt gerade. Ha! Wo hast du? Nächster lebt noch? Haha! Ich hab den... Ich hab gewonnen! Wuuu! Nein, du hast gewonnen. Nee, ich hab grad ein Battle gehabt. Ein größtes Eins gegen einen Typen. One, oh, one. Da kommen meine Counter-Strike-Zeichen raus. Wuhu! Läuft bei dir. Wuhu! Ich hab dich getroffen! Haha! Haha! Wieder eingetroffen. Ja, wie kriegen Sie einfach draußen denn, Mann! Ihr seid... Ihr könnt euch als Game betrachten. Nesto Hacker! Da hinten ist doch ein Roter. Komm her. Ich war aber gut Wie lange hast du? Können wir noch eine Runde? Ja, freilich! Ja, Run, TNT Run oder wie auch immer das da heißt Ich weiß gar nicht, ob mein Flex das hat Ja, hat es Ja, lass nochmal hier die Top Dings, äh, Painfall, war ganz lustig Was ist denn nun? Painfall, zu spät Zu spät, zu spät, jetzt raus Gehe ich auch raus Können wir ja mal schnell gucken, ob Turf was Auch Server 2 wieder kommt, ne? Ja, ja, bin drinnen Ich auch Arcade heißt das, oder? Was ist das denn? Das ist Turf was Was ist das denn? Okay, aber das kann echt noch ein bisschen dauern, bis sie fertig sind Boastbleef? Ach ja, oder? Was geht's da? Bogenschießen Ja, das ist Boastbleef Du musst halt die anderen abschießen Umso mehr du abschießt, umso mehr geht deine Fläche weiter nach vorne Siehst du, wie sie sich verändert? Ja Wenn Blau jetzt mehr die Roten trifft Alter, wie kann man denn solche Plugins machen, mal ganz ehrlich? Ja Das ist doch übel zu schwer Ja, dankeschön War ich ja gar nicht Ohohohohoho Hm Rot scheint zu verlieren In the mountain Wie das rote Zeug da rausflut Bin ich wieder auf Lobby 2 Lobby 2 Lobby 2 ist voll Bin ich wieder auf Lobby 34 Ihr müsst ein Arcade machen Ach egal ich kann jetzt erstmal die Aufnahme Das war's erstmal mit den Minigames Ich hoffe bald wieder Und ja Tschüss alle zusammen Tschödelö Kekse Kekse